Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Till hier mit der zweiten Folge des Manager-Modus und heute wollen wir natürlich noch ein bisschen auf dem Transfermarkt agieren, aber natürlich auch die ersten Spiele bzw. das erste Spiel der Saison machen und ein Freundschaftsspiel haben wir davor auch noch. Wir gucken uns hier erstmal noch die letzten Angebote an, wir wollen auf jeden Fall noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler holen und natürlich noch ein Starspieler und das war entweder Depay oder Martinez, ich habe euch die Wahl gestellt und es hat letztendlich Depay sogar mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen. 500 Stimmen wurden abgegeben, mittlerweile sind es natürlich mehr, aber ich breche das Ganze immer irgendwann ab, weil ich will ja auch irgendwann mal weiterspielen und sonst dauert es ewig bis eine neue Folge kommt und ja, so ist es eben. Und ja, natürlich werden wir dadurch dann jetzt Depay holen, ich suche mir aber noch ein paar andere Spieler raus, habe noch ein paar Angebote erstellt an verschiedene Spieler, weil vielleicht noch entweder ein Innenverteidiger oder einen anderen Spieler, den werde ich gleich noch mehr raussuchen, nämlich Kola Sinac. Er kann sowohl Linksverteidiger als auch Innenverteidiger spielen, das ist sehr, sehr gut, finde ich, in einem Karrieremodus, weil er dann sehr variabel einsetzbar ist. Ansonsten habe ich noch Rüdiger und Rekic und Kongolo mir rausgesucht, auch die sind gute Innenverteidiger, jung und vielleicht kann man davon einen holen. Und natürlich muss man immer schauen, was der Preis so sagt, Scher natürlich auch. Und ja, so bin ich dann erstmal durchgegangen, habe mir die einzelnen Spieler rausgesucht. Hier ist es dann jetzt auch Kola Sinac vom Schalke 04 natürlich, Linksverteidiger. Und ja, er ist sehr groß, er ist sehr stark, er ist sehr zweikampfstark und deswegen ist er, glaube ich, auch auf der Innenverteidigerposition bestens aufgehoben und so kann man ihn wirklich sehr flexibel einsetzen. Dann habe ich mir noch Cavallo als ZDM rausgesucht und Jovetic, der ja damals eh schon beim AC Florenz gespielt hat, habe ich mir auch noch rausgesucht, denn auch der hat sehr viel Potenzial und ist definitiv ein geilerer Stürmer als Rossi, meiner Meinung nach. Hier sehen wir dann die ersten Angebote und die Spieler waren alle ziemlich teuer. Bis auf Kola Sinac, 4,2 Millionen. Mal gucken, vielleicht bekommen wir ihn vielleicht sogar für 3 Millionen, das wäre optimal. Da wäre ich sehr, sehr zufrieden mit. Gut, und ja, hier habe ich dann noch den, wie heißt er noch gleich, den 1ZDM Malanda genau, da habe ich auch noch eine Anfrage gestellt und der war dann doch auch ein bisschen teuer und auch da muss ich dann gucken, hm, ich muss da noch ein bisschen was ändern und habe 7 Millionen und einen anderen Spieler geboten und zwar Markus Alonso. Den werde ich nicht benutzen, wenn ich Kola Sinac bekomme. Und hier verringere ich das Ganze dann noch auf 6,8. Und mal schauen, ob sie dazu sagen, die Wolfsburger. Wäre natürlich geil, ihn als ZDM im Team zu haben. Er ist ein wahnsinnig starker Spieler und ist einfach noch sehr jung und hat dadurch auch sehr viel Potenzial. Kann also uns einiges bringen und wir ändern jetzt hier noch ein bisschen was im Team, bevor wir ins erste Freundschaftsspiel gehen. Ich mache das Ganze natürlich hier im Schnelldurchlauf, weil das relativ lange sonst dauert und das dann ziemlich langweilig wird auf Dauer. Wir bringen hier Joaquin auf jeden Fall für Bernadeschi und vorne spielen wir auch mit Rossi statt mit Babacar. Und so gehen wir rein in die erste Szene hier des Spiels. Valero steckt gut durch auf Cuadrado, der zieht mal ab, aber es reicht hier nicht für die einzelnen Führungen. Aber nur zwei Minuten später haben wir direkt die nächste Szene. Cuadrado legt den Ball weiter auf. Fernandes, der zieht mit dem Übersteiger rein, macht dann den Finesse-Schuss und dann steht Joaquin genau da, wo er stehen muss, holt sich den Abpraller und er macht so die 1-0-Führung hier in der 31. Minute, also gegen Rayo Vallecano. Und das ist ein guter Start in die Partie. Es hat ein bisschen gedauert, 30 Minuten. Aber so haben wir letztendlich die Führung erzielt. Aber gegen Weltklasse ist das immer so eine Sache. Denn gerade wenn man ein Tor erzielt hat, habe ich das Gefühl, kommen die noch stärker immer zurück. Und hier verlieren wir dann nochmal unglücklich den Ball. Dann kommt da der Lupfer von Baptistao. Und dann steht es auch schon wieder 1-1. Die Führung hat also nur ungefähr zwei Minuten gehalten. Und ja, so geht es wieder von neu los quasi. Wir müssen wieder versuchen, ein Tor zu erzielen, um in Führung zu gehen. 42. Minute haben wir eine Szene über Fernandes. Der wartet einfach mal, wenn da läuft, glaube ich, Joaquin. Nein, das ist Rossi. Der kriegt dann den Ball. Ist eigentlich ganz frei vom Tor. Aber entscheidet sich da, glaube ich, für den falschen Fuß. Und ja, hätte er den Recht genommen, wäre es, glaube ich, das sichere 2-1 gewesen. So nimmt er den Linken und schießt den Torwart an. Und ja, so müssen wir weiter darauf bauen, dass wir weitere Szenen erspielen können. Und das funktioniert ja auch ganz gut mit Cuadrado. Zieht ab. Torwart lässt dann auch ganz komisch den Ball nach hinten abprallen. Aber letztendlich dann doch im Ausgewesen. Und wir sind mittlerweile in der Endphase der Partie. Die 87. Minute der eingewechselte Babacar mit der ersten Szene hier. Macht er den Foot-to-Foot, verliert dabei aber den Ball. Aber Pascal ist außen da, bringt die Flanke rein. Babacar ist da mit dem Kopfball, aber setzt den Ball ganz knapp neben das Tor. Also weiterhin 1-1. Und eine finale Szene haben wir noch in der 92. Minute. Und da schießen sie nochmal vorbei, die Valicana. Und ja, so geht das dritte Freundschaftsspiel 1-1 aus. Also ein Sieg und zwei unentschieden in den Freundschaftsspielen. Er spielt und ja, wir kümmern uns weiterhilen jetzt um die Transfers. Depay bzw. PSW will mittlerweile 42 Millionen für Depay. Und hui. Erst waren es glaube ich 39, jetzt wollen sie 42. Da muss man immer drauf achten. Manchmal erhöhen die ihr Angebot ganz schnell. Aber ich versuche ihn trotzdem zu bekommen für 35 und biete ihm noch einen Spieler. Und zwar einen Stürmer, nämlich Munir Elhamdawi. Depay, denn auch den werde ich keineswegs benutzen. Er ist verdammt alt, er ist nicht gut. Wir haben Benzia auf der Position, wir haben Babacar, wir haben Rossi. Also vier Stürmer braucht man nicht, ganz ehrlich. Und deswegen gebe ich den ja ab, um Depay zu holen. Kolasinac hat das Angebot zunächst abgelehnt. Gebe ich ihm nochmal 10.000 mehr. Wir haben es ja, verbleibendes Gehaltbudget. PSW immer noch 433.000 Euro. Und so holen wir ihn dann letztendlich glaube ich für diesen Preis auch Depay. Soll jetzt anscheinend auch kommen, denn PSW war mit dem Angebot einverstanden. Und auch Malanda haben wir für diesen Preis bekommen. Und auch den möchten wir jetzt natürlich endgültig verpflichten. Gonzalo Rodriguez, da wurde noch ein Angebot von Montpellier gemacht. Aber der ist zur Zeit unverkäuflich, denn ich möchte ihn einfach behalten. Er ist ein wichtiger Innenverteidiger. Ich glaube er ist sogar zur Zeit Kapitän des Teams. Und der ist zur Zeit einfach unverkäuflich. Ansonsten hier Seat Kolasinac haben wir jetzt also bekommen für 3 Millionen. Memphis Depay haben wir auch bekommen für 35,5 Millionen plus Mohamed Elhamdoui. Oder wie der Kollege da hieß, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ansonsten Malanda auch, der ist da. Und dann hat noch Barcelona ein Angebot zu Bernadeschi abgegeben. Und ich habe das Ganze mal erhöht auf 7,5 Millionen. Er hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Also wenn ich ihn dafür loswerde, ist das optimal. Also viel besser geht es nicht. Und sie sagen erst 6,5 Millionen, aber dann 7 Millionen. Sie schlagen zu. Für 7 Millionen haben wir jetzt also noch Bernadeschi verkauft. Auch den brauchen wir nicht wirklich, denn wir haben Depay, Quadrado und Marin als unsere Flügelspieler. Marin ist zwar eigentlich im Mittelfeld anzusiedeln, aber ich spiele ihn einfach als Flügelspieler. Denn da funktioniert er sehr gut. Und das ist jetzt hier letztendlich gleich unsere Startaufstellung, mit der wir in die Saison starten. Und es geht im ersten Spiel direkt gegen den AS Rom. Also direkt mal gegen einen Titelfavorit natürlich mit Juventus. Und ja, wir sehen hier die Aufstellung mit Rossi, Depay, Quadrado, Valeruk, Aquilani, Fernandes. Links war noch Kolasinac, dann unsere beiden Innenverteidigungen. Rechts Richards. Auf der Bank Babaka, Pascal, Benzia, Vargas, Marien Malanda. Und unser zweiter Torwart, der auch nicht so geil ist. Also Torhüter muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht kann man da in der Wintertransferperiode wen holen, der ein bisschen mehr Potenzial hat als Neto. Weil der ist nicht so geil, ganz ehrlich. Der ist nicht so geil. Und ja, so gehen wir ins erste Spiel rein hier. Gegen AS Rom. Suchen wir uns die Trikots aus. Ich wollte erst das Schwarze nehmen. Aber ja, gut, Rom spielt zu Hause. Habe ich dann doch das Heimtrikot von Rom ausgewählt. Und wir haben die erste Szene direkt nach dem Anstoß. Und zwar in der ersten Spielminute bringen wir den Ball hier auf Rossi. Der legt weiter auf Depay. Und Fernandes ist einfach mal durchgelaufen in der Zeit. Ist hier frei zum Tor. Aber auch da, ich finde, er entscheidet sich für den falschen Fuß. Und ja, so schaffen wir es nicht, hier das 1-0 zu erzielen. Aber Rom war komisch am Anfang. Sie sind nicht gut in die Partie gekommen. Hier ein großer Fehler von Astori. Kolasinac holt sich da den Ball, legt weiter auf. Rossi, der zieht ab. Und so gehen wir 1-0 in der Führung. Das erste Saisontor, was wir hier erzielen in der 19. Minute in Rom. Viel besser kann es nicht laufen. Rossi also hier mit dem 1-0. Und es ging weiter, denn die nächste Szene läuft über Depay, der sich hier in den ersten Minuten ein bisschen schwer getan hat. Dann aber so ungefähr ab der 30. Minute richtig aufgedreht hat. Da versucht sie einfach mal mit dem Finesse aus einer gewissen Entfernung. Aber es hat nicht geklappt. Aber es geht weiter wieder über Depay mit dem Rabona Fake. Spiel den Ball dann rein. Und Rossi kommt zunächst nicht dran. Kommt dann aber nochmal mit dem Volley dran. Aber der geht knapp drüber. Also weiterhin 1-0. Und auch die nächste Szene läuft über Memphis Depay. Mach hier einfach den Übersteiger so ein bisschen nach hinten und versuch dann aufs Tor zu schießen. Aber der Schuss dann doch zu unplatziert. Und guckt euch mal die Halbzeitstatistiken an. Rom hatte gar keine Torchance. Wir haben das Spiel komplett dominiert. Rom hat zwar mehr Ballbesitz, 60 Prozent, aber von Ballbesitz kann man sich nichts kaufen. Und deswegen 1-0 Führung für uns. Und die nächste Szene läuft auch direkt wieder über Rossi auf unserer Seite. Und er schießt. Knappes Ding. Immer noch 1-0. Also eine knappe Führung. Die sollte man definitiv ausbauen. Denn sonst geht es ganz, ganz schnell. Man hat es vorhin gegen Rayo Vallecano gesehen. 1-0 geführt. Und bam. Schnick, schnack kam das 1-1. Und das sollten wir verhindern. Und das machen wir auch mit Quadrado. Macht da ein paar schöne Bewegungen. So dass wir 2-0 nach 56 Spielminuten führen. Und das ist eine Führung, über die man sich freuen kann. Denn eine Zwei-Tore-Führung, die ist immer nicht ganz so einfach abzugeben wie eine Ein-Tore-Führung. Ist ja irgendwo logisch. Und in der 63. Minute wechseln wir dann auch. Benzia, Malanda und Marien kommen rein. Und ja, Marien natürlich wieder als Flügelspieler habe ich ihn gebracht. Ich glaube, ich habe Depay dafür ausgewechselt. Und auch der hat wieder komplett aufgedreht. Marien ist einfach ein geiler Spieler. Er hat keine hohe Wertung. Er ist irgendwie körperlich schwach und so. Aber er gefällt mir verdammt gut. Aber hier ist es dann passiert. Ich habe es vorhin angesprochen. Es kann ganz schnell gehen. 79. Minute. Erste Chance von Rom. Und es steht 1-2. Also es wird wieder knapp. Und wir sollten definitiv gucken, dass wir die Führung wieder auf eine Zwei-Tore-Führung ausbauen. Das probieren wir mit Benzia. Der steckt einfach mal durch mit einem längeren Pass auf Marien. Der macht den Job. Und der Ball kullert irgendwie so knapp ins Tor da. Also ganz komisches Tor. Weil irgendwie war der Torwart ja doch schon dran. Und da habe ich ihn doch noch knapp unterm Torwart her geschoben. Und so gewinnen wir unser erstes Saisonspiel 3 zu 1. Gut. Darauf kann man bauen, finde ich. Ein 3-1-Sieg gegen AS Rom in Rom. Das ist definitiv das, was wir uns hier erhoffen. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch das Ende der Episode. Eine Sache habe ich noch. Und die seht ihr jetzt hier genau. Es ist Deadline Day. Und das heißt, es ist noch ein Tag Zeit für Transfers. Und ihr habt die Wahl. Soll ich noch irgendwas machen? Soll ich nichts mehr machen? Und wir haben, ich weiß gar nicht genau, 15 Millionen oder so um den Dreh. Oder 12 Millionen, weil wir ja Bernadeschi noch verkauft haben. Also, wenn ich noch irgendeinen Spieler holen soll. Wenn ich noch irgendeinen Spieler verkaufen will. Schreibt diesen Spieler in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.